ein die bergab ja genau ach mein Gott das Ziel ist aber auch so indirekt so er kann nicht so schwer sein also ich bin da also also da fehlen mir die Worte da fehlen mir echt die Worte oh man ey andere Taktik das geht mir dann nur noch über die Brüstung springen und ich guck jetzt mal schnell ob ich da irgendwie was Explosives in der Nähe finde was ich anschießen kann oh manno 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 wenn das so weitergeht dann kommen wir locker auf 200 Spielstunden okay Pass auf Explosives da 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 weil ich das die bessere Taktik die treffen aber auch ach das ist doch nicht normal da kann man doch keiner erzählen dass das Mittel ist da 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 das ist ja ich geb mir ja mühe aber äh Eier A mehr das ist doch das ist doch scheiße das ist doch kein Spaß ich guck mal ob ich den Schwierigkeitsgrad ändern kann das hat ja keinen Sinn auch wenn ich dann als Muschi abgestattet werde aber jeder der meint er könnte es besser könnte ja mal versuchen und das ist gerade der Anfang vom Spiel sind ja noch nicht mal wir haben ja gar nicht richtig angefangen und ich kriege mich auf die Fresse von denen Prozent Start auch schon die Fügel die Lern der Mierstor jetzt das soll ich verarschen und wenn es nur ein bisschen abstinken die Kollegen Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad steht auf leicht. Hat der denn hier keine Granaten oder so? Was ist denn hier? Ah, okay. Moment, wenn ich jetzt so mache, kann ich hier so gucken. Was, was, was? Kommt der denn her? Kommt doch noch einer hoch. Nee. So, da kann man was ausprobieren. Alle tot. Nee, ah. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? So, jetzt ist er tot. Und ich merke schon, wie ich es schritt hier zu schnell. Ah, Tommy, du musst dich bremsen. Okay. Äh. Welches LT drücke und dann so? Ah, ich verstehe. Ah, okay, gut. Dann weiß ich schon mal wieder mehr. So. So, Treppe runter. Hier gibt's nix des Weiteren. Take. Schubdubdubdub. Nee, nee. Blatt, der andere noch. Da hier. Hat der denn keine Munitions... Nee, hat der nicht. Noch nicht. Alles am Brennen hier. Ich wette, ich kann nur noch 10 Stunden stehen und das brennt immer noch genau so. Ah, du hast den teuren LCD geflogen. Mann, Mann, Mann. Die tin geben. Ja? Ugh. Oh! The CT probe shows the bullet cause severe hematoma. We need to repair that artery. Thank God, I think it was a glass. Come on in. Stay with us. Yeah, he's not getting done like this. Prepare for insertion of the ERCC-1 craft. Stay with us. Stay with us. Stay with us. Where's that Cyber-Armplastasis? Aha, I understand. So half. Haven't you lost enough people today? I'm sorry. Let's go. But a second's right. This body can take it. Miraculous. Deus Ex. Human Revolution. Also haben wir jetzt erst die Robo-Arme bekommen, wie es aussieht. Aha. Das erklärt mir zwar trotzdem nicht, warum ich so oft gestorben bin, aber okay. Vielleicht wählen wir später nochmal einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad, weil ich ungern spiele auf Leichtzocke. Eigentlich nie, selten, seltenst. Aber das war ja gerade echt hart, also das müsst ihr ja zugeben. Vielleicht kann der ein oder andere in die Kommentare schreiben, ob ich der einzige bin, der da so Schwierigkeiten hatte. Aber das war ja gerade wirklich, das war ja nicht mehr feierlich. Und noch eine Zwischensequenz, sechs Monate später, das kann ich übersetzen. Lens-Mate in Japan, in Japan. Yeah. Oh, ey, so eine Brille brauche ich auch. Oh, wie geil. Ah. Okay, wir müssen zum Frank. Frank. Ja, was ist denn? Achso, die sind dann mehr erzählen. Das ist interessant. Das ist interessant. Ja, ich habe jetzt mitbekommen, wir müssen zum Frank im zweiten Stockwerk, oder wie war das? Sie ist um den zweiten Floor. Guten Tag, junge Frau. Es ist einfach nur, dass Dinge sich umgekehrt worden sind, seit dem, also seit dem... Seit dem ersten Attacken? Ja, Herr, die Labflöre wurden ziemlich verabschiedet. Wir haben sie wieder neu gebaut, aber die meisten unserer Forscher arbeiten jetzt auf der Seite. Jeder andere hat sich umgekehrt, also wenn Sie Hilfe finden, jemanden zu finden... Ähm... Ich glaube nicht, dass wir den Helikopter verabschiedet haben. Du sagst, dass jemand... Ah, komm. Aber nicht, wo ist das? Danke schön, das wollte ich gar nicht wissen. Ich will meinen Weg finden. Und ich sag's. Es ist... Es ist gut, dass du dich zurückkriegst. Die sollte sich mal ihre fettigen Haare waschen. Wie sieht er denn aus? Mein Gott. Vielleicht soll ich auch anfangen, mit seiner Stimme zu reden. Er hat so eine... Verruchte... Stimme... Ah, was ist das hier? Was ist denn das für eine Museumsscheiße? Wer hat denn Wissen? Mann, Gott. Sorry, Leute, dass ich hier nicht so objective auf die Story spiele. Aber im Moment bin ich nur noch ein bisschen so erschrocken, dass ich oft gestorben bin. Und deswegen... Ach so, ja. Schwinden ist ja auf LB. Gehen wir einfach mal ins Tech Lab und gucken mal, was der Typ uns so zu sagen hat. Ja, ja. Das ist okay. Die Brille von dem Flak hat ein bisschen so, ne? Die Cyberbrille, die ist... nicht ganz ausgeweilt. Seraf, employee... Schöner Du, employee bist, Junge. Jensen? Wow. Ich meine... Seraf, nicht mehr, wenn du dich wieder zusammengekommen hast. Seraf, employee... Ich bin so... ...ja, man, ich bin anders... Übel so Robo... Junge... Kok, Kok. Der will nicht okay. War, Kamera. Da schon richtig? Hallo? Kann man sehen? Der Witz war relativ schlecht, wer bist du denn? Weiß weiß, weiß, du bist ja angestellt, ja? Da kommt wie ich aus dem Koma. Guck mal, wie ich aus dem Alter. Du bist ja... Jetzt hier schon noch ein bisschen. Guck mal, Flasche. Hier in China, Futter, Tüte... Und du kannst... Der telefoniert so, ne? Kann ich schauen? Na, hast du Glück gehabt? Wir sehen uns später wieder, so. Das hat es Seraf jetzt sagen, er hat seine Mitarbeiter hier... Sie auch... Sag mal... Facebook Alter. So was? Wo gibt's denn... Na ja. Äh, ja, erzähl mal den Serif mal, was seine Inflations hier so zu veranstalten, ne? Find ich jetzt richtig? Ah, nee, ist ja der Serif, das ist ja der Frank. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen in der Story. Ach, Schleimbeutel war da. Ich meine, das flackert total, ey. Worse, it might be. Looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data, too, if you're in pain. Right. We done here? Because Serif is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. Lucky for you, I'm gonna ignore that comment. We're done here.